Wir nennen es Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Der Erd sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Okay, sieht gut aus. Scanner-Bereich. Kontakt! Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Sicher. Das ist die dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Bereit halten. Oh, ich bin ready. Na los, weiter. Stalker 6, hier ist Viking. Näher in uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Wie dir das an? Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt, wir sollen rein. Nicht wie du dich daran erinnerst, da? Nein, ich bin nicht so sehr. Na los. Ganz vorsichtig jetzt. Scheiße. Klingt nach Ärger. Logan, mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Norden zuerst ausschalten. Nett. Wo ist der andere hin? Versuch, seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Da ist er. Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzücler. Was sind die Häuser durchsuchen. Not zuerst. Und die Häuser durchsuchen. Warte, ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Alles sicher. Gut gemacht, Riley. Bewegung. Drin sind noch welche. Formieren. Riley, so. Sächer, mir nach. Ungeschön. Kontakt, vorne! Das ist der richtige Ort. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Stoßen auf Widerstand. Stoßen auf Widerstand. Stoßen auf Widerstand. Was ist das? Ich rücke vor. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie abmachen. Roger. Bewegung. Geben die Hände, aus! Geben die Hände! Lass ihr ja soet. Geben die Hände, ihr habt ihr? Geben die Hände, ihr habt ihr? Geben die Hände! Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Fahrzeuge nähern sich Nachrichten. Erachte, sie sollen passieren. Perfekt. Warte. Nachzügler da rechts. Zwei Uhr. Ausschalten. Guter, junger Riley. Unten bleiben. Wir folgen. Jackpot. Stalker haben ein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Nehmen wir das mal an. Mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Ruhe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Zieh dich um, ob du irgendwas finden kannst. Nicht vergessen. Langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Nichts Develop. Und momentların. Senhor hal literally. Und momenten. Dann bleiben wir wieder. Wenn wir wieder bessern. Wir haben eine sprawine, keine Ting-Nebo. Und der Das sollte klappen. Er ist erledigt. Okay, wir sind drin. Mal sehen, was hier vor sich geht. Guter Treffer. Okay, wir rücken vor. Okay, wir sind drin. Okay, wir sind drin. Was ist das? Was ist das? Der Typ auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Zoom heran. Mal sehen, was hier los ist. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Was ist los? Man könnte meinen, du hast deinen Geist gesehen. Von mir erfährst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Bringt alles zur Feuerbasis Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant. Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Hol Riley daraus. Wir treffen uns am Ausgang. Cooter Jung, O'Reilly. Bewegung. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Riley, nicht so schnell! Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß! Wow, etwas langsamer. Werde was denn nicht? Was ist los? Oh, scheiße. Okay, two. Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Ja, Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Zeit kommt entfort. Stillbleiben. Sie rücken ab. Alles im Zeitplan. Das ist der Panner. Zühl auf der Straße. Das gibt Ärger. Okay, Keegan. Im Auge behalten und Deckung geben. Ihr Walkers kommen mit mir. Okay, Keegan. Es kann losgehen. Feuer frei! Zeilen Sie. Steinen Sie. Zeilen Sie. Zweite. Zeilen Sie. Geil Sie. Hier. Scheinen Sie. Was ist das? Viel erfasst. Viel erledigt. Sperrfeuer gib. Kontakt die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Ziel in 12 Uhr. 20 Grad nach oben. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. Geben die Erwärmung. 7 Jan Dylons rutscht. mapped out of the area. Geben die Erwärmung. 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 Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören.